Da ist das Ding endlich, der Limited Edition Controller für eure Xbox One im Cyberpunk 2077 Design. Ich musste ein paar Tage länger warten, weil DHL hat ein bisschen länger gebraucht, aber heute soll es um diesen Controller gehen. Ich will euch ihn einmal ein bisschen zeigen, die Besonderheiten zeigen und vor allem euch auch mitteilen, wie ihr ihn gewinnen könnt. Ja, tatsächlich, ihr könnt ihn gewinnen. Ganz am Anfang aber ein kleiner, kleiner, kleiner Shoutout, beziehungsweise eine Anmerkung. Erstens, vielen lieben Dank an Microsoft für die Bereitstellung dieses Controllers. Und wenn ihr euch für diesen Controller interessiert, dann ist unten in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar das Ding auch nochmal verlinkt, direkt auf der Amazon-Page. Der Controller kostet aktuell 69,99 Euro, wenn ihr ihn bestellt. Wenn ihr Bock drauf habt oder euch informieren wollt, checkt den Amazon-Link aus. Wenn ihr über den Amazon-Link kauft, dann supportet ihr diesen Kanal sogar noch direkt. Also vielen lieben Dank. Kostet euch übrigens nicht mehr. Und jetzt schauen wir uns den guten Controller mal an. Dazu wechsle ich auf diese wunderschöne Kamera, denn wir wollen ihn ja uns zusammen anschauen, auspacken und so weiter. Ihr erhaltet eine klassische Xbox One-Controller-Verpackung. Also ist jetzt so, wie man sie kennt. Und das bedeutet, wenn ihr sie öffnet, dann, uh, das ist jetzt so ein bisschen verwinkelt, bekommt ihr auch diese schöne kleine Präsentation in der Box bei den Xbox One-Controllern. Microsoft macht ja immer schon so ein kleines, ich sag mal, beim Auspacken immer so ein kleines Erlebnis. Und ja, in der Box selber ist natürlich der Controller drin. Schauen wir uns gleich sofort an. Zwei Batterien, denn die Xbox One-Controller sind natürlich immer noch batteriebetrieben. Lass ich mal drin. Und unter dieser Box findet ihr dann, äh, kleinen Moment, ja, Anleitung und Gedöns. Und auch, oh, einen Game Pass. Oh, einen Ultimate Game Pass, beziehungsweise einen Probe Game Pass und zwar für 14 Tage. Könnt ihr auf dem PC und auf der Xbox One benutzen und ja, da ist der Game Pass. Den Code könnt ihr, glaube ich, gerade kurz sehen. Viel Spaß beim Video pausieren und eingeben. First come, first serve. So, und schauen wir uns den Controller selbst an. Das ist ein Standard-Xbox-One-Controller erstmal im Layout. Das heißt, das ist kein Elite, der jetzt zum Beispiel, ähm, hinten zusätzliche Tasten hat oder wo man die, die, die Trigger-Wege einstellen kann und so weiter. Das ist im Layout ein klassischer Xbox One-Controller, aber natürlich mit einem Special-Design. Und zwar so ein wunder, ich geh mal hier ran, so ein wunderbaren Cyberpunk-Design. Und ihr seht hier auch ein paar Besonderheiten. Hier zum Beispiel seht ihr das No-Future und das ist kein Print oder so. Das ist wirklich, das ist wirklich eingeritzt. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera gut sehen kann. Ja, jetzt sieht man es so ein bisschen, ne? Das ist wirklich eingeritzt in den Controller. Also da ist so eine kleine Färche drin, dass wenn ihr rüberfahrt mit der, mit der Hand, das auch spürt. Also ich geh mal kurz ans Mikrofon. Schönes Design, grundsätzlich. Die Sticks, auch ganz klassisch. Ich mag dieses zweifarbige Design. Ich mag auch, dass die Knöpfe dann wieder in Rot gehalten sind. Generell mit den Akzenten finde ich das sehr schön. Ansonsten noch eine Besonderheit. Die Griffe hier. Ah, warte mal. Hier, da. Die sind gummiert. So leicht gummiert, damit man so einen besseren Grip hat. Fühlt sich auch gut an. Gefällt mir. Sehr, 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 sehr gut. Ansonsten, für all jene, die es interessiert, ist hinten nochmal ein kleines Label drauf und ein QR-Code. Viel Spaß beim Scannen. Das verrate ich euch nicht, was das ergibt. Und ansonsten oben natürlich den Micro-USB-Port zum direkten Verbinden an dem PC. Oder natürlich auch zum Laden, wenn ihr ein Play-and-Charge-Kit benutzt. Und ansonsten haben wir hinten noch die Batterieklappe. Den Controller könnt ihr natürlich ganz klassisch an der Xbox One über einfach den Sync-Knopf hier oben. Den, äh, wartet. So, den hier. Da. Den Knopf. Verbinden. Oder, wenn ihr natürlich wollt, auch direkt am PC. Das ist ein Xbox One-Controller der neuesten Generation, sage ich mal. Das bedeutet, der hat eingebautes Bluetooth. Bedeutet im Klartext, ihr könnt ihn auch am PC direkt via Bluetooth benutzen. Oder natürlich auch am Handy. Das geht ohne Probleme an iOS und an Android-Geräten. Persönlich empfehle ich allerdings, liegt allerdings nicht bei, dieses kleine Ding zu benutzen. Das ist der Wireless-Receiver für Xbox One-Controller. Den kann man einzeln kaufen oder teilweise auch im Kit. Allerdings nicht mit diesem Controller. Ähm, und dieser hier, der ermöglicht eine direkte Verbindung mit eurem PC via Funk und nicht via Bluetooth. Der Vorteil von Funk ist einfach, dass die Verbindung stabiler ist, schneller ist und auch nicht so anfällig ist, gerade wenn irgendwas dazwischen liegt. Und es ist eine sehr große Reichweite vorhanden. Den hier schließt ihr einfach am PC an. Dann natürlich noch zwei Batterien rein. Und ich nutze jetzt hier die schönen Amazon-Batterien. Denn die Batterien, die der Packung beiliegen, die würde ich euch nicht wegnehmen. Macht den Controller einmal an. Und jetzt seht ihr schon, beziehungsweise hört ihr schon bei Windows, dass er verbunden ist. Und, ja, ich springe mal ganz kurz auf den PC. Also das ist jetzt ja nichts Besonderes, aber, äh, zack. Wow, die Unendlichkeit. So, und dann seht ihr, ne, funktioniert wie ein Xbox One-Controller halt funktionieren soll. Also, klar, gar kein Problem. Übrigens, dieses Overlay, ups, dieses Overlay ist sehr, sehr schön, wenn ihr euren Controller in euren Stream einbauen wollt. OBS und auch X-Bild haben zwar eigene Programme, beziehungsweise Plugins, aber das Joystick, Open-Joystick-Display ist ein schönes Ding. So, dann machen wir den Controller jetzt auch wieder in die Packung und zu, denn ihr sollt das Ding ja gewinnen können. Und wie könnt ihr den gewinnen? Sehr, sehr simpel. Es gibt eine Gleam.io-Seite, die ist ebenfalls unten verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken und am Gewinnspiel teilnehmen. Ihr könnt euch via Instagram oder via YouTube einloggen und einfach an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ein Sendeschluss ist da niedergeschrieben und irgendjemand von euch wird das gute Stück dann gewinnen. Da wünsche ich schon mal viel Glück und viel Spaß mit dem Ding, weil es fühlt sich wirklich gut an, der Controller. Er sieht auch geil aus, sehr, sehr schönes Ding. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und generell vielleicht mal eure Meinung zu diesen Special Edition Controllern. Ich liebe die persönlich und wenn ich mal ganz kurz noch was am Ende des Videos einbringen darf, dazu müssten wir noch mal ganz kurz auf meinen PC springen. Ich liebe diese Special Edition Controller und mein Lieblings Edition oder Special Edition Controller von Microsoft ist eigentlich der Xbox 360 Tomb Raider Edition Controller. Der hatte hier dieses Kreuz, was man auch hochdrehen kann, dass man eine Disk draus hatte, also schon dieses neue Feature. Das hier sind alles eingravierte Rillen. Das hier war so leicht gummiert nicht, aber hatte auch eine andere Textur. Das ist wirklich einer der schönsten Controller, die es jemals gab. Das muss ich wirklich sagen. Und auf der Xbox One bisher, mein Lieblingscontroller war der Titanfall Controller, auch ein sehr, 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 sehr geiles Ding. Aber ja, was ist eure Meinung zu Special Edition Controllern? Schreibt das gerne in die Meinung. Was ist eure... Schreibt das gerne in die Meinung? Schreibt das gerne in die Kommentare. Na, egal. Und was ist eure Meinung zu dem Cyberpunk 2077 Controller? Auch rein. Und ansonsten, viel Spaß beim was auch immer ihr heute vorhabt und viel Glück beim Gewinn.